Hefa Hefa wurde 1984 gegründet und ist seitdem ein deutsches, familiengeführtes Unternehmen, inzwischen in der dritten Generation. Ich bin quasi mit der Firma aufgewachsen, war von klein auf überall hier immer mit dabei und viele Mitarbeiter, die inzwischen seit 20 Jahren hier sind, sind wie eine zweite Familie für mich geworden. Der Grundstein dafür wurde von Herrn Helmut Echsner vor 30 Jahren gelegt, als er viele Kunden hatte, die das Problem hatten, dass sie ihre Produkte, ihre Thekenanlagen weder in Kellerkneipen noch in Restaurants bringen können, die vielleicht im ersten Stock oder sogar auf einem Berg liegen. Das waren enorm hohe Kosten für viele Kunden, weshalb er sich überlegt hat, dass er das viel einfacher gestaltet, dass er quasi einen Deckel, Boden, Seitenwände und Vorder- und Rückwand einfach zusammenstecken kann, wie ein Modell. Und das natürlich für viele Kunden viel einfacher gestaltet, wenn sie das Produkt vor Ort erst zusammenbauen können. Das Steckschnapp-System ist inzwischen europaweit patentiert und macht uns damit einzigartig auf dem Markt und ermöglicht es uns, für Kunden sehr zeiteffizient und sehr flexibel zu arbeiten, da wir Thekenanlagen in jedem Maß anfertigen können, wie der Kunde es für sein Objekt braucht. Neben dem Steckschnapp-System gibt es in unserem Unternehmen natürlich noch weitere Werte, die uns auszeichnen. Das ist zum einen Zuverlässigkeit, dass wir mit unseren Kunden immer bestmöglich zusammenarbeiten und schnellstmöglich auf ihre Anfragen und Probleme reagieren können. Das ist zum anderen Flexibilität, dass wir immer versuchen, in neuen Wegen und Bahnen zu denken, um unseren Kunden immer neue Möglichkeiten, neue Produkte anbieten zu können. Und zum dritten Qualität, die natürlich bei einer Marke immer ganz vorne steht, da man natürlich selber auch als Kunde von einer Marke immer gleichbleibende beziehungsweise sich verbessernde Qualität erwartet. Das sind so die Werte, die uns als Unternehmen auszeichnen neben dem Produkt. Und genau mit diesen Werten haben wir uns überlegt, neue Maschinen ins Haus zu holen, wie das Biegezentrum von Salvanini oder ein Schweißroboter, um die Qualität und die Werte weiterhin so für unsere Kunden anzubieten. Wir verarbeiten jährlich ca. 200 Tonnen Blech in Form von Edelstahl und verzinkten und pulverbeschichteten Blechen, da wir unseren Kunden zu der hohen Produktvielfalt auch eine hohe Materialvielfalt anbieten möchten. Denn gerade die Gastronomie ist eine Branche, in der es sehr viel Schnelllebige Trends gibt, auf die wir natürlich Rücksicht nehmen und dort auch immer am Zahn der Zeit sein möchten. Unsere Stärken basieren natürlich vorrangig auf unserem Steckschnapp-System und unserer eigenen Produktion. Hier haben wir dann natürlich eine hohe Qualität, dadurch, dass wir jeden Arbeitsschritt gut kennen und sie auch stetig weiterentwickeln. Wir sind wahnsinnig flexibel mit dem Steckschnapp-System, können eben jede beliebige Größe an unsere Kunden anbieten. Wir haben eine kurze Vorlaufzeit, dadurch, dass wir nicht an Lieferzeiten von Lieferanten gebunden sind, sondern hier alles selbst gestalten können. Und unsere Produkte sind wahnsinnig langlebig. Schaut man sich Produkte wie zum Beispiel unsere Lagerkühlmöbel an, wie zum Beispiel ein Wildkühlschrank, der oft nur saisonal vom Kunden genutzt wird. Diese kann man beliebig oft auf- und abbauen und man wird keinen Verschleiß an den Teilen merken und die Qualität bleibt über Jahre hin bestehen. Was uns als Unternehmen auszeichnet, ist, dass wir mit all unseren Kunden und Lieferanten auf Augenhöhe arbeiten und eine sehr partnerschaftliche Beziehung haben, da wir der Meinung sind, dass das eine der wichtigsten Grundlagen für jedes Unternehmen ist. Ich bin über 20 Jahre im Unternehmen im Bereich Vertrieb tätig und blicke gerne zurück auf die Entwicklung des Unternehmens. Der Umsatz hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt und bliegt aktuell bei 7 Millionen Euro. Und wir zählen in Deutschland zu den größten Anbietern an Kühlmitteln für die Gastronomie. Unsere Produkte haben wir ausschließlich in Deutschland über unsere Händler vertrieben und in den Jahren kamen die Märkte in Österreich, Italien, Schweiz, Luxemburg, Irland und Belgien dazu. Durch die Flexibilität, die Schnelligkeit zu produzieren und zudem die Möglichkeit, die uns der Sonderbau bietet, sind diese grenzenlos. Mittlerweile sind nicht nur die Materialien Edelstahl gewünscht, sondern auch Anlagen mit beschichteten und pulverbeschichteten Flächen. Diese gibt es in verschiedenen Reiltönen. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten am Standort Deutschland festgehalten, werden dies auch weiterhin tun und sind stolz, das Label Made in Germany zu tragen. Vor der Anschaffung des Savanini-Biegezentrums haben wir mit zwei konventionellen hydraulischen Abkompressen produziert. Wir haben uns für das Biegezentrum entschieden, weil bei uns der Kundenwunsch immer an erster Stelle steht und unsere Theken sehr individuell gebaut werden, sodass viele Teile in ihrer Dimension einmalig sind. Und das passt einfach nicht zu Abkantpressen mit ihren hohen Rüstzeiten. Deswegen die Entscheidung für das Biegezentrum. Wir wollten auch eine neue Technologie im Haus haben, uns einfach mal in den Stand der Technik bewegen und uns neue Fertigungsmöglichkeiten schaffen. Die größten Vorteile durch das P2-Liemen-Biegezentrum sind für uns die gesteigerte Flexibilität. Durch die nicht mehr nennenswerten Rüstzeiten, durch die parametrisierten Programme, können wir die Dimensionen mit nur wenigen Flicks ändern. Die hohe Prozessqualität, so können auch hochwertige Biegungen trotz Abweichung in Blechstärke oder bei Blechspannungen gewährleistet sein. Wir können unsere Produktpalette erweitern und verbessern und das ohne die Kosten zu helfen. Die wichtigsten Vorteile von Anfang an sind die hohe Arbeitsgeschwindigkeit und auch für den Mitarbeiter der acht Stunden am Tag an der Maschine steht einfach das ergonomischere Arbeiten. Die Teile müssen nicht wie an der Abkantpresse permanent gehalten und mitgeführt werden. In puncto Biegen und Abkanten sind wir mit dem Biegezentrum am Stand der Technik. Die Beziehung zwischen Hefa und Salvagnini war von Anfang an sehr positiv. Vom Erstkontakt auf der Messe bis zu ersten Gesprächen im Haus und der ausführlichen Machbarkeitsstudie lief immer alles super. Wir wurden dann nach Österreich eingeladen, um uns anhand unserer Teile die Maschine anzuschauen und haben eine Vorführung bekommen. Es war alles sehr überzeugend, deswegen haben wir uns auch dafür entschieden. Ich kann die Zusammenarbeit auf jeden Fall weiterempfehlen. Das Savagnini Biegezentrum ermöglicht uns eine vernetzte Fertigung. Das heißt, die Programme können in der Arbeitsvorbereitung geschrieben werden und optimiert werden und an die Maschine gesendet werden, sodass die dort einfach verarbeitet werden können. Wir können sehr prozesssicher reproduzieren und damit ist uns auch eine Just-in-Time-Fertigung möglich, sodass wir Kundenaufträge noch direkter bedienen können. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020